Furiosa, wir sind zu weit weg. Furiosa! Sie haben Furiosa! Als ich ein Kind war, änderte sich meine Welt für immer. Meine Mutter war großartig. Und er hat mir alles genommen. Wen haben wir denn da? Sie kommt von einem Ort des Überflusses. Das ist unser Schicksal. Meine Kindheit. Meine Mutter. Ich will sie zurück. Ich will sie zurück! Was du auch tun musst. Egal wie lange es dauert. Versprich mir, dass du wieder nach Hause kommst. Beschütze den grünen Ort. Es ist Zeit zu nehmen, was rechtmäßig uns gehört. Achtung! Fertig! Los! Wo willst du hin? Zur voller Hoffnung! Es gibt keine Hoffnung! Wenn du ihn findest, gehört er mir. Es wird immer Krieg geben. Aber um nach Hause zu kommen, kämpfte Furiosa gegen die ganze Welt. Kennst du mich noch? Fertig! 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 Wenn du den Film gedreht aussah. Und ich das Gefühl habe, warum muss das so clean, digital wirken? Das finde ich so ein bisschen schade. Aber ansonsten das Sounddesign, die Musik, die die ganze Zeit durchballert. Und die Ideen der Bilder. Und auf Anya Taylor-Joy bin ich gespannt als Furiosa. Das Ganze ist ja ein Prequel rund um die Figur, die entführt wird. Weg vom grünen Ort und ihrer Rache sucht, während ein Kampf zwischen Warlords herrscht. Und da Chris Hemsworth anscheinend wahnsinnig Spaß hat in dieser Rolle, muss ich aber auch ganz klar sagen, wieder ein gigantischer Unterschied zwischen der deutschen Version des Trailers und der Originalversion. In der Originalversion hast du Chris Hemsworth sowas von rumschreiend mit seinem australischen Grundakzent, dass du merkst, der kann hier einfach mal voll aufgehen als Bösewicht auf eine Art und Weise, wie wir sonst noch nicht gesehen haben. Und da gefällt er mir ziemlich gut. Im Deutschen wirkt das insgesamt auch mit dem Mix oder was die Abmischung mit dem Sound angeht, alles deutlich flacher, deutlich emotionsbefreiter, sodass ich euch da nur empfehlen kann, hört mal an die Originalversion rein. Die macht mir dann deutlich mehr Bock und da merke ich richtig, bei der einen Sache bekomme ich Lust und Gänsehaut, bei der anderen, in der deutschen Variante, bin ich deutlich skeptischer, weil er für mich so dieser CGI-Look ein bisschen zu sehr dominiert. Ansonsten dürfte eine ganze Menge an Wahnsinn, an Kostüm und Ausstattung zusammenkommen und ich hoffe, dass es ein ähnlich adrenalinvoll gepumptes Abenteuer auf der Kinoleinwand wird, wie damals Man Makes Fury Road. Ich wünsche es mir auf jeden Fall in dieser wahrscheinlich sehr brutalen Rache-Nummer. Habe ich Bock drauf, hoffe, dass meine Erwartungen nicht zu hoch sein werden, aber werden wir dann sehen, ob George Miller uns nochmal verzaubern kann, so in den Kinosälen. Was sagt ihr denn zu diesem neuen Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal.